Ich lerne Deutsch Nummer 3744 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Lachen fördert die psychische Gesundheit, indem es Stress abbaut und das Selbstwertgefühl steigert. Mal sehen, ob es funktioniert. Wir haben den Bausatz selbst zusammengebaut. Mal sehen, ob es funktioniert. Wir haben den Bausatz selbst zusammengebaut. Niemand kann mich aufhalten. Ich bin auf dem Weg nach Amerika. Niemand kann mich aufhalten. Ich bin auf dem Weg nach Amerika. Niemand kann mich aufhalten. Ich bin auf dem Weg nach Amerika. Passen gelbe Blumen zu meinem Typ oder sollte ich eine andere Farbe wählen? Passen gelbe Blumen zu meinem Typ oder sollte ich eine andere Farbe wählen? Manchmal springt der Motor nicht an. Es ist genug Benzin im Tank. Manchmal springt der Motor nicht an. Es ist genug Benzin im Tank. Du hast recht. Es stimmt. Es stimmt. Ich habe es gerade im Buch nachgelesen. Du hast recht. Es stimmt. Es stimmt. Ich habe es gerade im Buch nachgelesen. Du hast recht. Es stimmt. Ich habe es gerade im Buch nachgelesen. Das Fieber steigt immer noch, trotz aller Pillen, die ich nehme. Das ist so nervig. Ich könnte explodieren. Mein Freund ist Fotograf. Wir testen eine neue Unterwasserkamera. Wir testen eine neue Unterwasserkamera. Regina ist sehr aufgeregt, als sie es mir erzählt. Das sind gute Neuigkeiten. Regina ist sehr aufgeregt, als sie es mir erzählt. Das sind gute Neuigkeiten. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wir haben Spaß an der Schule und Lust auf Erfolg im Leben. Wir haben Spaß an der Schule und Lust auf Erfolg im Leben. Nach getaner Arbeit feiern wir gemeinsam unseren Erfolg. Heute wird es spät. Warte nicht auf mich. Nach getaner Arbeit feiern wir gemeinsam unseren Erfolg. Heute wird es spät. Warte nicht auf mich. Ich massiere meinen Fuß, damit er der Belastung weiterhin standhält. Ich massiere meinen Fuß, damit er der Belastung weiterhin standhält. Ich massiere meinen Fuß, damit er der Belastung weiterhin standhält. In unserem Unternehmen bin ich für die Buchhaltung und die Kommunikation mit dem Finanzamt zuständig. In unserem Unternehmen bin ich für die Buchhaltung und die Kommunikation mit dem Finanzamt zuständig. Bist du bereit? Jetzt drehen wir die nächste Szene. Kennst du deinen Text? Bist du bereit? Jetzt drehen wir die nächste Szene. Kennst du deinen Text? Bist du bereit? Jetzt drehen wir die nächste Szene. Kennst du deinen Text? Information ist ein wichtiger Faktor, aber wie schafft man es, neben all seinen Verpflichtungen auf dem Laufenden zu bleiben? Information ist ein wichtiger Faktor, aber wie schafft man es, neben all seinen Verpflichtungen auf dem Laufenden zu bleiben? Kommst du mit zum Training? Kommst du mit zum Training? Ich habe heute drei Stunden Zeit. Wenn ich gute Ideen habe, sitze ich nachts noch im Büro und arbeite am Computer. Wenn ich gute Ideen habe, sitze ich nachts noch im Büro und arbeite am Computer. Ich will nicht immer mit dir streiten. Warum können wir nicht vernünftig miteinander reden? Mein Geschäft läuft gut, seitdem wir eine große Werbekampagne machen. Ich kann nicht klagen. Mein Geschäft läuft gut, seitdem wir eine große Werbekampagne machen. Ich kann nicht klagen. Mein Geschäft läuft gut, seitdem wir eine große Werbekampagne machen. Leider müssen wir unsere Diskussion jetzt beenden. Vor der Tür warten noch weitere Bewerber. Ich freue mich, berichten zu können, dass wir bei den Verhandlungen einen Durchbruch erzielt haben. Ich freue mich, berichten zu können, dass wir bei den Verhandlungen einen Durchbruch erzielt haben. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Tielen… … … … … … Untertitelung des ZDF, 2020